Wir stehen hier vor zwei unserer Frischwasserstationen. Beide zusammen zählen zu der PAW-FRIWA-Produktfamilie. Insgesamt haben wir vier verschiedene Dimensionen, wodurch wir Schüttleistungen von einem Einfamilienhaus bis zu Krankenhäusern, Sportstätten realisieren können, indem wir unsere Frischwasserstationen auch noch bis zu vier Stück kaskadieren können. Was ist das Besondere an PAW-FRIWA-Stationen? Wir statten unsere Frischwasserstationen mit sehr großen und hocheffizienten Wärmetauschern aus. Dadurch können wir hohe Schüttleistungen auch mit geringen Vorlauftemperaturen erreichen. Dadurch lassen sich unsere Frischwasserstationen auch wirklich gut mit Wärmepumpen kombinieren, weil wir halt immer entsprechend die nötige Warmwassertemperatur zur Verfügung stellen können, um auch hygienisch auf der sicheren Seite zu sein. Unser Selbstlernender im Regler-Integrierter-Regelalgorithmus ermöglicht es, die Trinkwassertemperatur gradgenau zu erreichen. Und dies geschieht sekundenschnell in jeder Hydraulik, weil sich halt entsprechend der Regler dann nach ein, zwei Zapfungen selbstständig eingelernt hat. Unser FRIWA-Regler, der FC 3.10, lässt sich auch sehr einfach ohne Zusatzhardware an eine Gebäudeleittechnik koppeln. Das heißt, alle Werte, Trinkwarmwassertemperatur, Drehzahl der Pumpe, lässt sich alles jederzeit über eine GLT überwachen. Dadurch habe ich meine Anlage immer im Blick. Und auch hier sind wir dann quasi in der digitalen Welt angekommen. Ja, vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020